Oh mein Gott. 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 Ich dachte, ich wollte letztendlich nur ein paar Stecks facken. Oh scheiße. Oh Löwe. Stark. Oh mein Gott. Ich bin tot, aber es ist fein. Oh mein Gott, du bist ein Löwe. Das ist echt jetzt auch clean, ne? Ja, es ist 10. Oh. Oh. Ich zieh den jedes Mal weg. Es ist egal. Es ist useless. Äh, actually, wir müssen nicht weglaufen. Greedy hat den immer. Obwohl wir einen Ego 4 fährt, maybe. Oh mein Gott. Und wir haben einfach auch ungefähr wirklich alle beschissenen Champions mit Scaling, ne? Oh mein Gott. Einfach Smalling, Senna und Aurelion. Ah, ein Weger sogar noch. Noll. Das war crazy. Ich hab gedacht, wann er rauskommt. Kills. 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 Krügel denen halt einfach den Scheiß. Okay. Arena. Arena. Cool. 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 Ich geh über zuerst wieder. Lanzo? Also ich One-Shot'n die fast, ne? Das krieg ich komplett gestört. Schyvenner ist kein Balancer. Schyvenner ist kein Balancer. Ich hab größten Schmutz bekommen, Digga. Ja, Potterich. Ja, ich war's langsam. Ich hab keine Ausgut genommen hab. Du hast keine Ult mehr. Ach du Scheiße. Ist das krank, bin ich dumm. Irgendwas. Ja. Ähm. Du könntest mich gleich resen. Mhm. Krass. Ja. Schade. Wollte den Kill noch haben. Gingen wir da noch? Was? Ich glaub ich kann das so erwähnen. Alles klar. Ja. Ich hab's nicht. Wirklich. Pflanze. Also. I mean. Ich glaub man kann es theoretisch härter trollen. Aber ich glaube schon. Nice. Ich glaub aber Back to Basics. Also Back to Basics ist schon gut auf dir. Aber ich glaube. Ohne Ulti bist du schon Hardcore Useless, ne? Alter. Ich hab mein scheiß Black Hole Ding nicht eingesetzt. Digga wär das free gewesen die Runde. Ach du Scheiße. Bin ich afgab. Junge. Ja. Ja. Sorry Bruder. Ich hab gepennt. Ich bin einfach lost. Das ist cool. War nicht mit Nachsicht. Aber für Ässe brauchen wir irgendwie können. Oh mein Gott. Ich hab wieder meinen Deck. Oh mein Gott. Bist du ein Löw? Ist das krank? Nee. Kannst du mich holen? Ja. Hol mich. Ja. Ja. Wie du bist zum Löw? Ist das krass? Geht das krass? Ja ich hab' den noch gut. Ne. Ich denk das er mich gegen mich gewinnt oder was? Ich hab' den noch gut gemacht. Schisch. Schisch. Oh mein Gott wie schmiert mal. Und so. Er hat chillt. Bleibt das aus jemals? Ne. Jo, macht der viel Schaden, was? Okay, wieder gar. Ja. Heiig. Keine Chance gegen den, ne? Der lasert mich einfach in den Tod rein. Okay, ist gut. Ist auch gut. Okay, okay, okay. Ja, die scheinen... Scheinen strong zu sein, ist gut. So, mal scheiß... Dinkst das Decks, gönn dir Bastarde. Was ist denn mit euch? Als wäre nicht Harz, die gönn dir Bastarde. Ist das dumm. Macher, stark, Bruder. Die sind so dumm, dass sie mich fokussen. Was geh ich jetzt? Wir spielen wieder gegen die und die können es rauskicken. Einfach nur Harz hier stacken und chillen. Ne, 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 Digga, dann sind unsere Accounts weg, Jungs. Wenn das eigentlich was sieht. Töte einfach, wir töten einfach, Bruder. Wir töten einfach. Töte sie einfach. Wir töten einfach. Bruder, wir töten die einfach. Scheiß drauf. Das ist dumm. Also, wenn die uns tötet, ne, dann bin ich aber wütend. Okay. Kuss, Jungs, Kuss, ihr seid, ihr seid richtige Löwen. Digga, ich hab einfach gesagt, ihr seid Bastarde. Jetzt halte ich mir jetzt nicht vorum. Ihr seid richtig gelöhnt. Dann tut der Urlaub eigentlich gar nicht gut. Ne, Mann. Nur beleidigen. Ich versuche, ich versuche mich an. Ich biete mich an, ja? Okay, okay. Ich zeig meinen. Jacks, die rausfahrt, dann kannst du rein. Jetzt, 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 genau. Ja. Finn? Ja, keine Chance, ne? Ich zerleg ihn einfach. Wichtig, wir haben's, wir haben's. Perfekt, wir sind weiter. Ist egal. Jack, ist egal, wer gewinnt. Ist egal, wer gewinnt. Na, ist einfach clean. Alter, wie, er schwitzt. Achso, dann war gut. Stark, stark. Ich guck, ob Dings da geht. Boah, wichtig. Ich guck, ob Feuergeist hier, jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Wenn Feuergeist nicht geht. GG! GG's, Digga, ihr Löwen. Ohne Scheiß. Stark, Mann. Aber Malte auch, ohne Scheiß. Also, keine Offense oder so. Aber du schwitzt hier in den Runden, als würde es um dein Leben gehen. Ich hab Malte noch nie so gut Cargas gesehen. Du bist fickt von Emerald, Leute. Das ist wirklich gestört. Das ist wirklich krass, der hat Malte noch nie so gut Cargas spielen sehen. Das ist crazy. Ja, jetzt geht's in Velo nochmal rein, statt Feuergeist Quads. Nein, du musst doch. In Velo? In Velo? Ja, was, Digga, Velo ist Kinderfahrer. Ja, aber wir machen, wir machen Minzu, Minzu wirfen dann nochmal Velo. Weil, wenn wir Minzu verlehen, dann nochmal Arena. Wir machen jetzt einfach Minzu wirfen und wenn... Ja, Bruder, wenn wir Minzu wirfen verlieren, Minzu wirfen wird mich tot durch... Also, wird mich tot durch... Dann machen wir jetzt einen Minzu wirfen. Und wenn wir verlieren, machen wir Arena, oder nicht? Und wenn wir gewinnen, machen wir... Okay, das ist ein bisschen Kinderfahrer, aber ich finde eure Probe sehr gut, ja. So was sagst du? Ah. Es wird ein schöner Kopf werden, Digga. Es wird ein Kopf. Also, Kopf ist halt eigentlich immer der Call. Weil wir mit Köpfchen gespielt haben, ja. Kopf ist immer der Call. Ich sag's, bleib in der Mitte. Bleib so hoch. Perfekt. Ich schlock mich nochmal kurz ein, ne, in League. Lass uns ganz schnell raus hier. Ganz schnell raus. Ich muss da einfach rein, glaub ich. Wie Blank ist... Kontrollen. Happy Dolz. Muss nochmal auf Blank hin. Ah, schade. Der Parrieden-Lin-Tex-Sandler-Jahr. Geil. Ich glaub, dein Champ ist da ein bisschen... ...bisschen schlechter als... Oh, okay. Pflanze, Pflanze. Ah. Pflanze, Bo. Oh, ich glaub, wenn ich Pflanze dreimal in Texas, ist mir eben eine Chance. Ich glaub, mein Champ ist einfach sehr schlecht, auch. Ja, ich glaub, dein Champ ist sehr schlecht, aber ich glaub, die Pflanze jetzt schon zweimal attacken soll. Auf jeden Fall. Aber ich glaub, auch dann verlieren wir das. Ich glaub, alle verlieren übrigens. Das heißt, wir müssen danach back to Aram. Digga, true, Alter. What the fuck? Wie können wir denn das alles verlieren, Bro? Sie schwitzen, sie spannen gegen uns an, als wir ihre Mutter im Kerker, so, weißt du? Was denn, was denn mit... Was denn, na, 50 Leben... Digga, du bist doch voll am Rasinien. 55 Leben, Grippe, mach er. Ja, wir sind süßer Achterplatz hier. Wer ist denn mit 100? Das sind nicht wir, das sind nicht wir. Ach so, Wukong, Taric, ja. Ja, Wukong, Taric sind wir nicht. Wir sind, SV, Garkas sind wir. Jyn, Jyn Team und Leona Team. Ja, ihr müsst aufpassen, ne, vor denen. Ja, voll. Übrigens, wir können loslassen, so. Ich hab Taric Wukong gesehen, Bro. Es mettert nicht, ja, es mettert nicht. Guck, guck ihr an, guck sie an, was sie mit denen machen. Ja, sie kriegen ja überhaupt keinen Schaden. Ja, voll, voll, voll. Und, ähm, Wukong kann quasi einfach zu, ähm, Taric connecten, oder Taric zu Wukong und kann quasi, Wukong dasht auf den drauf, Taric stunt den halt einfach. Der Flank macht Minus-Schaden. Flank schwitzt gar nicht genug auf dem SÖ. Flank ist so am schwitzen und es bringt einfach, er macht einfach, er healt die einfach, Digga. Das ist crazy. Ich kann gar nicht unterschätzen, wie, äh... Scheiße, sind die raus? Ja. Ah, Malta und so, Digga. Ich kann allerhöchstens, ich kann allerhöchstens Zweiter werden. Warte, wo rein gehen wir dann? Dann gehen wir in Aram zurück, ne? Ja. Ja, wenn wir aus Aram in Vailo zurückgehen, ne, Bruder. Also, das wird hart. Dann ist vorbei, Digga. Wenn der Schritt kommt, wenn die Leitersprosse von Aram zu Vailo geht, dann ist vorbei. Dann kriegen sich wieder so selten Dinge... Ja, das Ding ist, das Ding ist over. Ich, ich sag das nicht gern, ich lass auch nicht so gern los, ne? Oh, die macht, er macht Schaden, er macht Schaden. Er hat echt Schaden. Digga, wo sie hinkitet, Alter. Er macht auch keinen Schaden. Wer, wer genau macht Schaden? Die Outtags haben wir gescheppert, ne? Ne? Ah, die erste eine Outtags sah so gut aus. Ja, das Ding ist, das Ding ist vorbei. Bro, lass los. Löwen. Oh, das Löwen. Nein, der Set. Nein. Nein. Oh, das Löwen. Nein, es ist krank. Sind die gut? Ihr stört, Digga. Winnebel? Er ist echt Winnebel, das Macher. Ich denke, dass es später es wird, ne? Dass es schwerer wird, dass es auch Dings dazu wird, ne? In der Arena. Wir werden keine vier Teams mehr sein. Und wir werden Schwitzer-Lobbys kriegen, Peter. Nachts sind irgendwie immer so, ich weiß nicht, vom Gefühl her sind nachts immer die Schwitzer am Start. Ja, in der Arena auf jeden Fall. In super vielen Spielen auch. Also, kommt immer drauf an, die Uhrzeit, aber so jetzt so gerade 0 Uhr, 0 Uhr, 1 Uhr oder so sind halt auch Hardcore-Schwitzer da. Ja, ja. Ja, ich schwöre, die Spiele auch. Es ist egal, wie gut sie spielen. Die Spielen ist aber eigentlich so gut, Digga. Die sind raus, ne? Danach. Ja, jetzt ist keiner mehr da von uns. Jetzt kann ich auch raus. Oh, GG. Oder? Nein, nein, ist niemand mehr da. Nein, es ist nur noch... Nee, es ist nur noch... Nur noch die Affen sind drin, nur noch die Affen sind drin. Bruder, nachts mehr hat, ne? Nein, nein, sie haben so gut gespielt. Digga, dass sie die eine Runde überhaupt gewonnen haben, war gar nicht. Ist kein gut. Ach, Digga, Mann. Ja, mal Löwen, Digga, dass ihr die eine Runde gewonnen habt, war krass. Okay, ich muss... Alter, vier. Okay, dann werden wir jetzt zurück gesetzt. Das müssen wir jetzt wieder in Aram, ne? Ach, schau. Aram. Okay, cashen. Alter, das ist der Panther. Ich kann ihn dir stunnen. Slot, ich hab Slot, ich häng ihn. Ich stun für dich? Ja. Hast du? Ich bin. Okay. Nice, danke. Nice. Speed, Alter. Ist das der Draven-Spieler? Das ist der, so einen guten Draven, den hab ich noch nie gesehen. Warum macht er eigentlich nicht dann, aber jetzt ist es nett. Jetzt hat er mal mehr, vielleicht kann ich einwechseln. Ja, ich glaube, es ist Liebe. Aber. Ja. Aber. now.